Dieser Fordecosport steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen grauen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Sitzheizung und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 5,3 Litern pro 100 Kilometern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. J 2 D D D 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020